Heyo, hier ist der Guzoa und natürlich kommt von meinem großen Account auch noch wieder was. Ich gucke mal, dass ich das vielleicht sogar so ein bisschen so hinkriege, wenn ich es hinkriege mit zwei Videos am Tag, einer von dem Account, einer von dem Account, und das wäre ziemlich nice. Die anderen Videos habe ich jetzt ein bisschen einfach so gecuttet, ohne, ja, mit Intro natürlich, aber immer so ein bisschen in Scheiben geschnitten. Nehme ich überhaupt auf? Ja. Läuft. Ne, also wie gesagt, die Sache halt einfach die, dass man die halt wieder in diese kleinen Häppchen packt, so was für sich, 10 bis 15 Minuten, weil ich merke das ja selber auch, wenn man irgendwie so ein 25 Minuten Video hat, dann ist es ja ziemlich nice, klar, aber nicht immer so der übelste Schocker. Deswegen ein bisschen kleinere Teile. Und dann sollte das auch passen. Ansonsten sind wir mit dem großen Account dabei. Guckt ihr bitte, was ich hier habe. Viel zu viele Mauerbrecher. Aber ist auch egal. Fakt ist, Minions braucht keine Sau. Und wir gucken nochmal ganz kurz. Ja, ich habe richtig kassiert. Und der war nicht mal so gut, aber das war richtig, boah. Aber egal. Ansonsten hier, guckt ihr. Guckt, 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 guckt. Also ging auch wieder gut dabei. Also wirklich schön gewesen. Und wir hauen natürlich nochmal raus. Jetzt ist natürlich die Möglichkeit, ja, könnte man mitnehmen, muss man aber nicht. Ach, nö. Die Sache einfach, die, oh, holy shit. Nee, machen wir nicht. Ja, King ist ja noch am Schlafen. Bei mir jetzt, glaube ich, irgendwie drei Tage oder sowas. Alter Verwalter. Aber guckt mal. Wirklich, jetzt ohne Witz. Ich meine, man kann das probieren. Logisch. Aber ich bin ganz ehrlich, das Ding wird gegen die Wand geklatscht, weil ich jeweils überall durch drei Mauern durchgehen muss. und das ist nicht so ganz easy. Wirklich, da kann ich das nicht garantieren, dass ich es bekomme. Und dann mache ich es nicht. Ganz ehrlich, klar, ihr könnt ja sagen, nee, Pfeife, ich hätte es hinbekommen. Klar. Aber ich denke mal wirklich, ich bin da wirklich so realistisch. Nee, will ich nicht. Dann lieber nochmal ein paar weiter zappern und dann geht das. Eins, drei ist mit dem Inferno eh nicht so toll. Machen wir weiter. Ja, aber ansonsten so mit 2K oder so wäre schon ziemlich geil. Oh, der ist, ah, der ist nett. Der ist nett, weil der hier wieder alles drin hat. Ganz ehrlich, dem muss ich mal kurz Hallo sagen. Ah, hier hat er den X-Bow noch am Start. Von hier aus rein. Ja, kommt hier. Wir gehen von hier aus rein. Ich cleare hier erstmal ein bisschen, aber jetzt gar nicht mal so großartig clear, sondern guckt mal hier. Ich haue die Queen schon raus. Warum? 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 Ich kann in dem Bereich sehr gut gucken, wo die Queen hinrennt, was sie macht, wie auch immer. Hier habe ich jetzt schon mal ihr gezeigt, bitte geh doch da hin. Das würde ich ganz nett finden. Dann kann ich in dem Bereich noch ein bisschen weiter clearen und dann wird sie höchstwahrscheinlich nicht in den anderen Bereich gehen. Deswegen mache ich das schon, dass ich dann schon mit der Queen anfange und die dann schon so langsam den Bereich gebe, da und da geh du bitte hin. Zack. Bumm. Und jetzt wird sie da nicht weiter was machen. Genau, geht rein, so wie es sein soll. Und jetzt, ja, war klar. War klar. Und jetzt lasse ich den auch erst laufen. Es ist, und wie gesagt, erzählt mir bitte nicht, erzählt mir bitte nicht, dass ihr im Update gehört habt, dass die Mauerbrecher ordentlich laufen. Weil das erzählt, jeder, der es erzählt oder jeder, der es mir erzählen würde, dem würde ich einfach aufs Maul geben. Hört sich jetzt, klar, sehr aggro an und wie immer. Ja, hau noch nicht so eine Sprüche raus. Aber Fakt ist doch mal ganz ehrlich, Mauerbrecher, die können es einfach nicht. Also, und da braucht man auch noch, hier, und jetzt, jetzt, jetzt haben sie mir sogar noch, so gar noch, äh, Fail gemacht hier, dass sie in den Bereich laufen, oder beziehungsweise, dass sie der Queen ermöglichen, rauszulaufen. Also, ich meine, ja, und der letzte geht jetzt darauf. Ja, herzlichen Dank. Ähm, sage ich immer wieder, jetzt muss ich hier in dem Bereich clearen, dass die nicht, äh, draußen noch was, äh, klären möchte. Jetzt muss ich sagen, bitte, 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 bleib irgendwie drinne. Weil, das wäre ja sonst ein bisschen Fail. So, hier kämpfe ich jetzt gegen an. Und da sage ich einfach, das ist unnötig. Also, nur weil die Mauerbrecher wirklich so doof geflogen sind. Äh, geflogen? Ja, jetzt fliegen die Mauerbrecher. Ja, ihr wisst, was ich meine. Aber hier konnte man halt eben mit der CB nochmal schön raushauen. Wenn ich jetzt die CB zum Clearen schon benutzt hätte, wäre das Mist gewesen. So kann ich wirklich darauf reagieren und sagen, ja, so und so möchte ich sie gerne haben. So und so sollt ihr bitte fliegen oder laufen oder wie auch immer. So soll die Queen laufen, wa? In dem Fall. Jetzt wird er da rauf gehen. Ne, okay, da erst und dann darauf. Und dann ist das gechillt. Jetzt haben wir 50% erreicht, haben wir an den ploppenden Teslas gesehen. Jetzt wäre halt die Frage, ich habe noch den Rage. Mal gucken, womit sie sich beschäftigt. Ich glaube nicht, dass sie reingehen wird, weil hier draußen einfach noch zu viel zu tun ist. Yay! Sie geht rein! Sie geht rein! Ja, okay, 10 Sekunden, das, da bringt mir auch kein Rage mehr. Doch. Komm. Ja, 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 Ich glaube, ich hoffe. Also ich meine, klar, ich habe jetzt, ich weiß, ich will jetzt nicht mehr zusammenrechnen. Auf jeden Fall, lief es, passt, so soll es sein. Wie gesagt, mit dem Clearen nicht vor, wir gucken uns die gleich nochmal an. Wir gucken uns die gleich nochmal an, dass ich nochmal kurz was dazu sagen kann. und dann ist das okay. Haben wir hier, hier sind wir soweit durch. Oh, mir fehlt nur noch ein ganz bisschen Gold. Ich will noch eine Mauer ziehen. Ja, hier, guckt einfach mal, ganz einfache Sache, guckt mal beim Fersat D vorbei. Ich denke, das ist Hilfe genug. Das ist, einfach mal beim Fersat D, einfach mal nebenbei, wenn er am Rechner sitzt, euch auch mal YouTube aufmachen, mal gucken, was der Fersat D am Start hat. Wisst ihr was? Ich gucke da einfach selber rein. Kleiner Moment, bitte. Neues Ding. Zack. Hier sind wir. Und wir gehen jetzt mal auf YouTube. Und dann haben wir hier Fersat D. Schweini ange... Ich denke mal, dann müsste das hier so sein. Werd ein Chimp. Ich gucke mal gerade rein so. Wie gesagt, guckt da einfach mal rein. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo da. Ist krass gut geworden, sagt der Tim Gorski. Dann wird das passen. Ihr seid einfach mal vorbeischauen. So. Ähm. Dass er Bescheid will, was los ist. Und dann ist es noch... Weil wie gesagt, wenn man irgendwo helfen kann, macht man es gerne. Also ich bin da nicht der, der sagt, oh, jetzt habe ich hier meine 11k und ihr könnt mich alle mal, weil das Blödsinn ist. Also wirklich einfach, wenn man sich gegenseitig irgendwo helfen kann, warum denn nicht? Ist ja kein Thema. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz in den Angriff kurz reinschauen. Ich meine, so krass war er jetzt auch nicht. Aber wir gucken trotzdem. 900... Ja doch, 922. Mehr dunkles war es gar nicht. Genau. Es ging mir ums Gold. Ja genau, stimmt, da war ja was. Und das habe ich ja komplett gemacht. Wie gesagt, in dem Bereich, klar, Queen auch schon gleich rausgeballert, weil die natürlich gleich aktiv werden kann. Wir wollen ja keine Zeit verschenken. Das Wichtigste ist bei diesen Angriffen die Zeit. Die Queen hält durch. Das ist kein Thema. Die kriegt man ganz easy. Ich hatte hier jetzt 6 Heiler, bin ich der Meinung. Ich war mit 11 Heilern am Start. 6 Heiler, das ist gar kein Thema. Wie gesagt, der Bereich wirklich mit den Mauerbrechern. Ich könnte einfach nur, so ein bisschen Würfelhusten, wenn ihr das kennt. Hier oben im Norddeutschen sagt man auch Spucken. Andere sagen Kotzen. Und es ist einfach so wirklich, wie fail die laufen, ganz ehrlich. Und dieses, was ich mir früher mal angewöhnt habe, dieses, oh jetzt muss ich einfach, ich sage jetzt mal, 6 Mauerbrecher hintereinander irgendwo hinballern, bringt gar nichts. Das wisst ihr aber, denke ich mal, selber. Aber guckt mal, da die laufen hin, wo sie wollen. Und wie gesagt, hier macht der sogar noch, also die anderen, hier sogar noch den Weg frei für die Queen nach draußen. Wo ich sage, nein, bitte nicht. Aber ist halt so. Und, ja, was will man dazu sagen? Wie gesagt, und dann halt eben draußen, ganz, ganz wichtig, macht das, sobald ihr merkt, die könnte jetzt, die könnte jetzt irgendwo anders hinlaufen. und dann wäre es schwierig, die wieder reinzuholen. Dann müsst ihr agieren und sagen, passt auf, okay, geht nicht. Hier, hier muss jetzt irgendwie was geklirrt werden, dass die nicht rausrennt. Weil ganz ehrlich, wenn die hier ist, dann rennt die nicht mehr zurück. Das macht die leider nicht. Da ist er dann auch ein bisschen beschränkt im Denken. Und der Mauerbrecher kommt an, weißt du, wo du sagst, so ein Horst. Aber egal. Ist ja nicht so, dass wir es nicht geschafft haben. Wie gesagt, da herzlichen Dank nochmal an den Clan Selfmade für die geilen Troops. Die haben hier natürlich mega gerissen. Ganz ehrlich, hier haben wir keine Luftabwehr, da sind die Luckys natürlich eine kleine Bombe wert. Ja, ganz ehrlich. Das ist natürlich schon ziemlich nice. So. Und dann haben wir hier natürlich die Möglichkeit, hier mit dem Gold das zu nehmen, was wir brauchen. In dem Fall Gold. Und um da einfach auch ein bisschen weiter zu kommen mit den Mauern. Wie gesagt, hier guck mal, da dachte ich jetzt so, ah, wird das eng. Aber wie gesagt, die haben schon so weit abgebaut. Einwandfrei. Dunkles, klar, gesnackt. Auch wenn es jetzt nicht die Masse war. Aber ihr seht selber, es ist ja dann doch die Zeit, die, äh, die Zeit, die Masse, die es dann halt macht. Und jetzt würde ich nochmal gerne gucken, ob sich der Rage dann doch gelohnt hat. Und wie gesagt, ich sage es gerne nochmal, vielen Dank an den Abonnenten, der gesagt hat, hey, nimm doch nicht die Heilzauber, nimm Rage mit. Läuft viel besser, wenn die Heiler geraged sind und die Queen. Die Heiler gehen so übel ab und ragen die Queen dann, oder healen die so extremst im Rage. und guckt mal, was war hier jetzt. Ja, doch, 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 auf jeden Fall hat sich das gelohnt. Ja, läuft. Läuft auf jeden Fall einwandfrei. Also da kann ich gar nicht meckern. Der Rage war, hatte seine, seine Daseinsberechtigung und ich habe hier vom Fresh gleich mal ein paar Freshe Sexmagier bekommen. Ziemlich geil. Läuft. äh, Dev, Dev, äh, hab ich nicht. Danke, auf jeden Fall. So, dann ist aber auch meine Zeit im Selfmade-Clan bald vorbei. Ich guck eventuell nochmal in andere rein, weil, wie gesagt, ja, ich will, ich will so ein bisschen springen. Ich will so ein bisschen springen, da ein bisschen reinschnuppern, da ein bisschen reinschnuppern und jetzt will ich aber erstmal noch hier ganz gechillt nebenbei mir das letzte bisschen, ich muss mal gucken, wie viel brauche ich? 21.000. 21.000 brauche ich, äh, vom Gold her. Naja, 20 reichen nicht, zack. Hier gucken wir mal ganz fresh. Ganz ehrlich, das machen wir und dann ziehen wir das Ding komplett durch. Sagen wir mal so und zwei muss ich, muss ich auf jeden Fall haben, wenn nicht drei, aber gucken wir mal. Jetzt, hier ist der Vorteil natürlich, hier kann man richtig abstylen, sage ich jetzt mal knallhart, weil Zeit spielt keine Rolle und das ist immer das Problem, was man ja normalerweise mit Queen und Heilern hat. Zeit hat man nämlich nicht, jetzt hat man sie und deswegen kann man sie natürlich voll ausspielen und ohne jetzt wer weiß, wie viel rauszuhauen, guckt mal, ich hab die Queen, die mich nichts kostet, ich hab zwei Heiler, die mich insgesamt 20k kosten, das ist hier ein müdes Lächeln und ein kleines Gehen und das war's. Dafür hab ich einfach mal 120k im Goldbereich gezogen und jetzt hier ja, Flächenschaden, oh, klar, wisst ihr selber, da passiert gar nichts und oh, ich bin ein bisschen sehr tief hier, ich geh mal ein bisschen höher. Ne, und so kann man sie natürlich ganz easy da noch seinen Loot ziehen, also von daher für solche Aufgaben, sag ich mal, für diese Kampagnenkarten ist die Konstellation mit der Queen, besonders wenn man das vielleicht nochmal üben will. Ne richtig geile Nummer. Ihr habt Zeit. Ihr habt Zeit und alles ist cool. Und jetzt gucken wir mal, ob die noch rechtzeitig komplett, ja, ja, die wird locker komplett wieder geheilt, ansonsten hätte ich jetzt geguckt, wann rage ich die und wann rage ich die nicht, aber hier ist jetzt nur noch Fläche am Start und von daher ist das gar kein Thema. Und das, den Rest nehme ich natürlich auch noch mit, klar, ich meine, ich könnte jetzt auch sagen, nee, ich brauche nicht mehr, aber ist ja Blödsinn, ich meine, dann kann ich den auch komplett zumachen, den Sack und dann ist das gechillt und läuft und dann muss ich natürlich wirklich zum Ende hin, nee, obwohl brauche ich nicht, hier habe ich jetzt nicht nochmal, die bewegt sich nicht nochmal weiter und dann brauche ich die auch nicht rage'n, aber doch, rage'n kann ich sie, dann geht es ein bisschen schneller. Zack, ein Mann frei, cool gemacht, und dann kann ich jetzt die Mauer zähnen, jetzt muss ich gerade überlegen, ich hatte hier glaube ich angefangen, ja, ihr seht selber hier mit dem Alex, wirklich, ganz ehrlich, Alex-mäßig kostet das wirklich viel, Gold kommt immer gut dazu, da kann man immer mal mit den Mauern noch was machen, aber im Alex-Bereich geht ihr mit der Taktik wirklich jetzt nicht, wer weiß wie hoch, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einfach so, aber dafür habe ich das eben so auch jetzt umgebaut, dass ich da auch für die Angriffe selber keinen DLX verliere und das ist natürlich auch eine geile Nummer, auf jeden Fall. La 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 la, da, dass man wieder, wie gesagt, diese Eckpunkte auch wieder hat im 10er-Bereich und dass das immer schwieriger wird für die Angreifer. Könnt, ne, 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 das ist noch zu wenig, das geht am Ende fail, habe ich keinen Bock drauf. Das war es erstmal dazu, ich hoffe es hat euch gefallen und ihr haut rein, ich wünsche euch was. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Bis dann, ciao, ciao.